Hallihallo meine lieben Freunde willkommen zu Alien Isolation ich werde das mal wieder weiter zur Runde und zwar ja so aber ich hatte letzt mal hier so stehen geblieben irgendwie ich hätte das jetzt viel geschafft ein bisschen voran zu kommen aber ich bin echt grad total raus ich muss ja auch wirklich erst mal wieder drauf klarkommen ich hab echt überhaupt keinen Plan wo ich hin muss äh ok verdammt wie kann man denn nochmal Kommissionsstatus aufrufen äh ach da unten ist Schläters finden sie einen Aufzug zu Sexson Communications ok ich würde einfach damit machen Für oben war ja nix, oder? Hallo? Ach ja stimmt, ich muss... stimmt No Wow Ja Ah Schneller hoch hin Ja Schnell da rein Und... Gucken was hier noch so ist Yeah Gegenstand aufnehmen Schrott, alles aufnehmen Alles Hallo Super Revolver Munition Was sagten sie mal ein Inventar Legende Gesperrt, okay Von Interesse Von Interesse Hm Die sind lustig Ach ne Ach ne, das ist ein Archiv Dingens vom uns Okay Links klickt zum Bauen Nein Nein Ah Scheiße Das sieht schon cool aus Ich muss mal ganz kurz mal die Steuerung mal angucken heute Äh Nein Nicht da Spiel Steuerungsversicht Ja ich zockt halt aber nicht damit Ich zockt halt Wie bekloppt, ey da zeigen die mir den... Oh man Ja komm Leute, ich mach das mal auf Mittel, ja Hä Äh Steuerungsversicht Ey ich find das richtig bekloppt, warum zeigen die mir hier ein Ding ins... Im Grundschwurlaub, wo ich mit Tastatur und Maul spiel Ach da haben wir das doch, gut Tastenbelegung, ja 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 Spielen, strg, ok Nö, würzen Tankern Bewegungsmelder, aus Auf Öhhh Hää 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 Haa Okidoki Hrr Hrr Hr Hrr Hr 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 Wie kann ich meine Nacken-Waffe wieder auswählen? Medik-Hit bauen, ey! Gerät gebastelt? Höh... Was kann ich denn da noch? Cool... Ah! Da haben wir mal ne... Die Stange wieder... Stange... Wollen wir mal hochklettern, ne? Den 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 DEN... Die Frage ist wie viele... Wie viele äh... Leute gammeln hier rum? Hm... Hallo? Hä, sind die alle weg? Was haben wir denn hier so? Äh... Instabile System ausschalten. Okay. Haha. Cool ey. Kann ich einfach nicht so ausmachen. Oh, egal. Oh. Lassen wir das einfach mal so, ne? Okay. Obwohl, ich glaub ich brauch Strom, ja. So, jetzt aber, geh nochmal. Äh. Aktivieren, ausschalten. Gut, zurück. Okay. Boah, ist ja zu neblig hier. Aber ich frag mich, wo die ganzen Typen sind. Ich hab ja so vor Kabelungsding jetzt. Ich hab ja nix sagen, aber sind die Leute weg hier irgendwie? Weil, ich weiß nur, das letzte Mal war ich voll unter Beschuss und so. Und ich hatte überhaupt keine Chance da irgendwie hier wegzukommen. Da war ich auch echt nicht voll, voll, äh, im Arsch. So, beziehungsweise am Arsch. Boah, ey, geil ey. So, mitten im Feld all. Da würd ich auch gerne mal hingehen. So, hingehen vor allem, ne? So, hingehen vor allem, ne? Weil, egal. Ist immer so, mir soll's recht sein, ne? Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Oh, scheiße. Fuck. Oh. Man muss nur eine Datenzelle finden. Ich muss nur eine Datenzelle finden. Sie ist nur ein paar Datenzelle. Oh. 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 Spannend hier Aua Nein Lass mich annehmen Lass mich annehmen Schluss Ich glaube sie ist nach unten Na los Ich gehe da nicht runter, kommt nicht in Frage Siehe an The fuck Muss ich mal heilen Ah ok So will ich das aus, gut Oh Mein Gott Tschu Ui Glück gehabt Ok zum verstecken Will mich aber nicht verstecken Das ist alles so düster Ich gehe mal auf den Tischen Ein Revolver Oh my god Eine Pistole Is very good Schüssel Schüsselkarte nehmen Gucken einen kurz, Spiel speichern Leute Weil, ne? Man will ja hier nichts riskieren Hm Hallo Hallo